Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Diese getannelte Botschaft enthält eine Einstimmung. Saint-Germain, getannelt durch Daniel Scranton am 16. Oktober 2024 Übersetzt von Wolfgang Ich bin Saint-Germain, der Hüter der violetten Flamme. Was ich Euch allen am liebsten vermitteln möchte, ist das kraftvolle Gefühl, wer Ihr wirklich seid. Durch meine Fähigkeit, mich darauf zu fokussieren, wer Ihr wirklich seid, schenke ich Euch diese Energie, dieses Wissen, diese Einstimmung. Jede gechannelte Botschaft, der Ihr begegnet, ist eine Einstimmung. Sie lädt Euch ein, in Harmonie mit ihr zu schwingen. Und in dieser Botschaft schenke ich Euch die Einstimmung auf Euer wahres Selbst. Damit biete ich Euch die Schlüssel zum Königreich an. Ihr werdet vielleicht entdecken, dass das Leben auf der Erde viel einfacher und besser wird, wenn Ihr Euch mit dem in Einklang bringt, was Ihr wirklich seid. Ihr werdet feststellen, dass es nichts gibt, wovor Ihr Euch fürchten müsst und dass Ihr alles erschaffen könnt. Wenn Ihr im Schöpfungsmodus seid, denkt daran, dass Ihr durch Eure Lebenserfahrungen entscheiden könnt, was für Euch immer besser und besser wäre. Und wenn Ihr mehr zu dem werdet, was Ihr wirklich seid, trefft Ihr Entscheidungen, die das Erschaffen für Euch erleichtern. Es ist zum Beispiel einfacher, inneren Frieden zu erschaffen, als eine Million Dollar auf Eurem Bankkonto zu haben. Es ist einfacher, ein Kunstwerk zu erschaffen, als Euch die Fähigkeit zu erschaffen, heute Abend ein Raumschiff zu besteigen und zu einem anderen Planeten zu fliegen. Wenn Ihr also mehr zu dem werdet, was Ihr wirklich seid, neigt Ihr dazu, etwas zu wählen, das erreichbar ist und Euch und anderen zugutekommt. In diesem Leben geht es darum, dass Ihr Euer wahres Selbst entdeckt und die Entwicklung Eurer Vorlieben für das, was Ihr erschaffen wollt, ist gewiss ein Teil dieser Erfahrung Eures wahren Selbst. Nachdem Ihr eine Weile auf der Erde gelebt habt, werdet Ihr vielleicht feststellen, dass sich Eure Wünsche ändern. Ihr werdet möglicherweise feststellen, dass Ihr Euch nach etwas sehnt, von dem Ihr nie gedacht hättet, dass Ihr es jemals wollen würdet. Doch hier seid Ihr. Eure Wünsche zeigen Euch, wie sehr Ihr mit Eurem wahren Selbst im Einklang seid. Und noch einmal, es wird für Euch viel einfacher sein, etwas zu manifestieren, wenn Ihr mit dem, was Ihr wirklich seid, und mit dem, was Ihr wirklich wollt, in Harmonie seid. Ihr könnt immer noch das Raumschiff haben und die Millionen Dollar und die Liebe Eures Lebens und all die anderen Dinge, die Ihr erleben wollt, aber sie werden mühelos kommen, weil Ihr entschieden habt, dass es Euer wahres und ganzes Selbst ist, das Ihr die ganze Zeit über wirklich gesucht habt. Ihr möchtet schöne Dinge erleben, Macht erfahren, aufregende Fahrten mit Raumschiffen genießen, all diese Dinge werden geschehen, aber Euer wahres Selbst ist nicht davon abhängig, dass irgendetwas davon geschieht. Euer wahres Selbst versteht, dass alles, was Ihr wollt, bereits in Euch existiert. Und genau das möchte ich Euch jetzt schenken. Ich möchte, dass Ihr wisst, wer Ihr wirklich seid, sodass Ihr alles jetzt haben könnt und Euch in das Meer ausdehnt, das Ihr erschaffen habt, das für Euch im Moment vielleicht physisch unerreichbar erscheint, aber tatsächlich existiert und sich auf Euch zubewegt, so wie Ihr Euch darauf zubewegt. Erinnert Euch daran, dass Ihr ewige und unendliche Wesen seid und versucht Euch selbst als solche zu erkennen. Dann werdet Ihr diese Reise, auf der Ihr Euch gerade befindet, so angenehm, aufregend, schön und kreativ machen, wie Ihr es Euch nur vorstellen könnt. Ich bin Saint-Germain, der Hüter der violetten Flamme. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich. Danke. Danke. Danke.